Wer also unter euch der Erste sein will, der soll der Diener aller sein. Wer dich also ein Niederlicht, wer dich so klein macht wie ein Kind, der wird der Größte sein. Wer dich so klein macht wie ein Kind, der wird der Größte sein. Niemand flüttert Jesus ins Ohr. Deine Mutter und deine Brüder sind gekommen, um dich zu sehen. Und die wollen zu dir. Aber du könntest nicht mehr wissen. Jesus fragt, wer ist meine Mutter? Das reicht der wilden Tiere. Aber da steht's ja. Lieblings-Algung. Was? Teufel-Tier. Wenn ich auf die Machen von Menschen, nicht immer dichter um ihn drehen, zeig auf alle und sag. Boah, ich hab dich so klein. Nee. Entschuldigung. Ich meine Mutter und meine Brüder. Denn nur die, die meine Nachricht hören und sie begreifen und danach leben wollen, die sind meine Brüder und meine Schwester und meine Mutter. Ein Krieg, das wird auf Jesus zu und lädt ihn in sein Haus zum Essen ein. Jesus geht mit ihm. Und mit ihm gehen Flieger aus seiner Kommune. Als sie nach das Haus des Priesters kommen, setzt Jesus sich weiter an den Tisch. Und zu den Hungrigen, die mit ihm gekommen sind, sagt er, es und trinkt, ich hab' ihn vor mir. Der Krieger, der ihn eingeladen hat, ihn verkehrt. Und fragt Jesus, wieso fängst du zum Beispiel zu essen an, ohne vorher zu beten? Und wieso bringst du deine ganze Kommune mit? Und wieso mit achtet auch dieses Gesindel unsere Gesetze? Gesindel? Kommt von Gesindel. Kommt von Gesindel. Kommt von Gesindel. Die noch. Kommt von. Kommt von. Ja. Idiotenfasten. Idiotenfasten ist echt wichtig. Idiotenfasten. Warum sieht man euch nie beten? Elfah, 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 du kannst nicht mal.. Elfah, Elfah, Elfah. Du kannst nicht mal.. Die Sakten aus und verrichten ihre Gebete in den Kirchen. Jesus meldet sich an alle Wester und Gesetzgeber, die mit ihm an den Tischen sitzen, und sagt, und sagt, warum ladet ihr mich an den Tischen ein, wenn ihr mich an den Tischen sitzt, und was die andere machen müssen. Jesus meldet sich an den Tischen, und sagt, warum ladet ihr mich an den Tischen sitzen, und sagt, warum ladet ihr mich an den Tischen sitzen, ihr setzt aber fest und duft, ohne Tungen und Luft zu kommen, oder weißt du so ein Schwein, wie oft ich in meinem Leben gehummert habe. Nach Liebe, vor Liebe, vor Liebe, mein Mann, nö, ich darf nicht. Und dann kann ich auch schon wieder nö. Ach, warte, wir können das elegant so hergucken. Warte, guck. ... ... ... ... ... ... Vielen Dank. 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 Vielen Dank.